So, was geht ab? Wieder mal Micros One! Und, wir sind wieder hier! Bereit, machen zum Rausschleudern! Mit hinaus in den Haufen! Äh, jo, was auch immer! So, wir sind wieder da, zurück im Portal! Äh, da es ja das letzte Mal etwas aufgehangen hatte! Äh, das, äh, war irgendwie scheiße! Und jetzt geht's weiter! Ich hoffe, es kommt nicht wieder vor! So, wir müssen da hoch und schleudern! Dann müssen wir warten, bis diese Plattform hier oben ist! Hier, äh, hier! Hier ein Portellchen hin und hier eins hin! Bloß irgendwie nicht getroffen! Nochmal! Komm! Äh, wieder nicht getroffen! Gut, äh, und wie wär's jetzt? Yay! Bam! So! So, dann den netten Würfel hier hin! Und, äh, wir möchten nochmal da hoch! Oh! Oh, komm! Stell dich nicht so dran! Huuuuh, so! Okay, äh, GLaDOS! Ist mit dir alles okay? Du hörst dich nicht gerade gesund an! Nee, nicht so wirklich! So, die Schleuderkammer hätten wir dann auch, äh, überstanden! So! Hm, Aufzug, 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 Aufzug! Ist echt spannend! Lade Daten! Okay, tu es! So! Lala! Das tue ich, ja! Nächste Test sehr, sehr lange dauern! Ach jo, erzähl nicht! Fängene Schindig wird vor Dost! Kippen sie ruhig um! Ein Intubationsmitarbeiter wird sie mit Magenmittel und Adrenalin wiederbeleben! Flups! Okay, äh, du kannst uns gern, äh, wiederbeleben, GLaDOS! Ist kein Ding! Mach du nur deine Arbeit und ich mach meine Arbeit! So, hier ein Portal und hier ein Portal, damit, äh, die Energiekugel hier reinkommt! Damit hier das Teil hier in Gang gesetzt wird! Komm! Bäm! Und so! Hier hin und hier hin und dazu den Würfel! So, darunter gepäffert! Hier ein Portal, hier ein Portal und schwupps! So, da wollen wir rein! So! Mit des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir sie nicht mehr lügen! Nach den Tests werden wir sie vermessen! Haha, bist du lustig, GLaDOS! GLaDOS, das war ein Schenkelklopfer! Haha! So! Ja, wir sind mal wieder in einem Aufzug, äh, haben wir heute noch nicht gesehen, glaube ich! Nö, ist mir, äh, völlig neu! So! Äh, 14 mittlerweile! Ja, wir kommen doch recht schnell voran, muss ich sagen! Wir raisen hier durchs Game! ... Personen, die gamma-strahlende Hoch-Energie-Portal-Technologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden! Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich! Und sie sind ein hervorragender Testkandidat! Dankeschön, Dankeschön, weiß ich doch, dass ich hervorragend bin! So, wir müssen hier hochgeschleudert werden, um hier uns den Würfel zu holen! So, und mit dem Würfel geht's dann hier lang! Äh, 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 den hätte ich gern! Oh, wo bin ich denn? Du, da, mit mir, rein! Ah, wär' ich doch lieber gelaufen! Ach, dumm, da-dum, 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 da-dum! Komm mit, wir laufen! Das wäre ein Brutal, das wär' zu einfach gewesen! Lauf, 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 spring nicht da rein! Leg den Würfel da drauf! So, geht doch, meine Güte! Jump, jump, jump! Jump, jump, jump! Jump, da rein! So, ja, die Testkammern gehen auch mittlerweile ein bisschen länger, ja, ist nicht mehr so kurz wie am Anfang! So, hier eins hin und hier eins hin und hoffen, dass das Teil uns nicht trifft! Äh, blau? Gut, blaues Portal mit blauem Portal da hoch, dahin, damit, äh, das hier aktiviert wird, 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 wird! Komm, tu es! Mach ge-bam! Komm, komm! Rüssel! Sehr gut! Danke! Oh, das ist aber freundlich von dir, GLaDOS! Du bist ein richtiger Engel! Und wir sind mal wieder in einem Fahrstuhl gelandet! Wey! Aperture Laboratories! Ne, Lab-Laboratories! Aperture Laboratories! Lab-Laboratories? Aperture Laboratories! Ah, whatever! So, 15! Ja, ist klar! So, da drüber geballert, alles kein Problem! Äh, soll ich es kurz erklären? Eigentlich nicht schwierig! Unten im Portal, oben im Portal! Wenn wir dann da reingehen, da unten, fliegen wir oben wieder raus, kommen dann wieder oben raus, Das haben aber dann Aufschwung, das heißt, mit Aufschwung, wuuuuh, bam, rüber! Alles nicht besonders schwierig, eigentlich! So, hier können wir, durch diese Teilen, können wir durchlaufen, aber, Achtung, wenn wir da durchlaufen, Portale weg! Oh nein! Was machen wir also? Wir müssen hier diese Kugel, da reinbekommen! So! Ist gar nicht so schwer, wie es sich am Anfang anhört! Dahin, dahin! So, tu es! Dann dahin und dahin! Äh, ja! Dann dahin und dahin! Einfach die Kugel immer in Bewegung halten! Und schon haben wir unser Lift hier! Genau! Komm! Renn, renn, renn! Springen! Oder so! Äh, bitte! Mal überlegen! Mal überlegen! Äh, lalalalalala! Hier! Und hier! Und dann im Flug noch eins machen! Wuuuuh! Und schon sind wir da! Genau, so ist es! Hier eins hin! Hier eins hin! Und darüber! Äh, jetzt die Kugel da rüber bekommen! Ist auch nicht so schwer! Da im Portal! Da im Portal! Äh, äh, na, Bullshit! Hier im Portal! Und hier im Portal! So rum! Komm! Mach, schieß noch eins! Und jetzt wegmachen! Und dann fliegt es da rüber! Genau! Und! Bash! So, hier eins hin! Und hier irgendwo eins hin! Und darüber! So, wir machen mal ein Safe State! Da eins hin! Da eins hin! Äh, komm, komm, komm! Schneller! Du! Fahr! Lift! Da muss ich drauf! Äh, äh, okay! Hier eins hin! Und hier eins hin! Hier eins hin! Und mir aus hier eins hin! So! Und schon sind wir auf der anderen Seite! Alles gar kein Problem! Yeah! So, wir wollen da hoch! Gehen wir also da hoch! Hier ist ein Knöpfchen! Und da ist ein Knöpfchen! Wir müssen beide ziemlich zeitgleich drücken! Dann gehen hier die, äh, Wände runter! Und dann können wir das Teil hier umlenken! Da rein! Aber das zeige ich euch jetzt gleich! Schlaber zu viel! So! Hier im Portal! Hier im Portal! Drücken! Dann auf der anderen Seite raus! Hier drücken! Jetzt sind hier beide Türen auf! Jetzt hier eins hin! Und hier eins hin! Und jetzt fliegt's da durch! Wussten Sie, dass Sie die Mädchen selbstwertvoll von Amateur Science 1 oder alle ihre Organe schwecken können? Nein, wusste ich nicht! Aber ich fühle mich irgendwie gleich besser, jetzt wo ich's weiß! Äh, oder so! Und ein Fahrstuhl! Dies her habe ich dich vermisst, du Fahrstuhl! Yeah! Portalregen und so! Wir drehen uns im Kreis! Wir drehen uns im Kreis! Wir springen! Wir springen! Wir drehen uns im Kreis! Laden! Daten! Lade Daten! Aperture Laboratories! Ich stelle jetzt schon gut an! Das könnte ich stimmen, was ich gesagt habe! Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militär-Androniden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück! Woosah! Woosah! Okay. Äh, habt ihr zugehört? Äh, nächste Kammer hier, da sind diese nette Fiecher drin. Hier! Genau diese hier! Die hier! Schießfunktion! Das sind nette, kleine Schießroboter! Nicht sehr freundliche Fiecher! Nee, äh, die wollen uns umballern und so. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testarate! Ja, ja, ist okay. So, also diese netten, äh, diese netten Roboter, die spallern auf uns, wenn wir in ihr, in ihre Sicht... Eieiei, das war eigentlich jetzt hier nur zum, äh, zum Zeigen. Umbringen wollte ich mich eigentlich nicht, aber gut, jetzt hat ihr es gesehen. Oh, 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 ich bin wieder in meinem Portalstrudel. So. So.